ebike versicherung in die hausrat einschließen oder lieber separat ganz einfach hausrat versicherung ist immer nur die diebstahl versicherung im außenbereich ja in gebäude wäre auch alles andere mit versichert aber außerhalb von gebäuden und da passiert ja das meiste ist halt nur die diebstahl versichert und wenn du halt eine separate versicherung eine vollkasko fürs fahrrad abschließt hast du in der regel diebstahl brand du hast auch sturzschäden mit drin du hast bedienungsfehler mit drin du hast drin wenn der akku geklaut fehlt also vandalismus schäden und das ist alles in der hausrat nicht drin also macht es echt sinn separat eine abzuschließen vom beitrag her würde ich sagen ist es gar nicht viel teurer vielleicht sogar identisch also macht dich schlau und viel spaß noch